Ich engagiere mich seit 2014 für die Leonhatsch Stiftung und bin Botschafterin. Ich finde, die Leonhatsch Stiftung engagiert sich weltweit und das ist für mich ganz wichtig, weil ich vor Ort mit den Kindern arbeiten kann, weiß aber, dass ich über die Grenzen hinaus auch was Gutes tue für die Kids und die Kids sind schließlich unsere Zukunft und da möchte ich so weit wie möglich angreifen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017